Herzlich Willkommen bei Kurzergleit Feuerwehrtechnik. Heute wollen wir euch mal erklären, wie man einen Unterflöhrrand findet und wie man einen Standkorps setzt. So, hier haben wir ein Unterflöhrrandenschild. Da haben wir drei wichtige Informationen drauf. Zum einen die 100, die gibt uns an, was für einen Durchmesser die Leitung hat, die zum Ötrant führt. Und hier haben wir noch die Entfernung des Hydranten drauf und die Richtung. Also 2,3 Meter in diese Richtung vom Schild entfernt und 11,2 Meter in diese Richtung entfernt ist jetzt der Unterflöhrrand. So, hier ist es unser Hydrant. Unschwer zu erkennen, ist auch mit Hydrant gekennzeichnet. Und wie man den öffnet, das zeigen wir euch jetzt. So, jetzt werden wir mal den Hydrant öffnen. Dafür haben wir hier unser Unterflöhrrandenschlüssel. Dann nimmt man die Öse hier zwischen rein und dann kann man den Hydrant hochziehen und dreht den seitlich weg. So, wenn wir jetzt den Hydrant geöffnet haben, gehen wir rein und öffnen diese Klappe hier und dann gehen wir mit dem Handschuh einmal über diesen Ring hier, über die Dichtung und machen den sauber. Damit das Standrohr gleich schön abschließen kann. So, jetzt haben wir hier unsere Standrohrunterseite. Da haben wir unsere Klauenmutter. Das ist dieses Teil hier. Da ist es ganz wichtig, dass ihr die ganz runter dreht, bevor ihr das Standrohr einbaut. Dass das auch wirklich richtig fest sitzt. So, und dann müssen wir darauf achten, dass hier unten die Dichtung drin ist und dass die intakt ist. Und wenn ihr das Standrohr tragt, macht am besten zwei, drei Finger in die Standrohrunterseite, damit die Dichtung nicht verloren geht. So, jetzt haben wir den Unterflöderrand gereinigt. Jetzt können wir das Standrohr einsetzen. Also, das Standrohr erstmal reinstellen, gucken, dass es gerade auf dem Gewinde aufsitzt. Und dann können wir anfangen, es festzudrehen. Ganz normal im Uhrzeigersinn festdrehen, bis es ganz fest sitzt. So, jetzt sitzt es fest. Und jetzt können wir mit dem Spülen beginnen. Und beim Einsetzen des Standrohrs darauf achten, dass die Klauenmutter in der dafür vorgesehenen Position ist. Also so. Wenn ihr es dann einmal festgedreht habt, lasst es am besten auch festgedreht. Und schaut halt, dass die Klauenmutter nicht irgendwie so da drin sitzt. So, jetzt spülen wir den Hydrant. Dazu drehen wir erstmal einen Abgang ein Stück auf. Und jetzt können wir den Hydratenschlüssel nehmen und eben den Unterflöderrand auftreten. Jetzt hört man auch schon, dass das Wasser kommt. Und natürlich immer voll aufdrehen in Hydranten. Ein paar Minuten spülen. Bis klares Wasser kommt. Und dann kann man mit dem Lössangriff starten. So. Jetzt haben wir euch gezeigt, wie man den Hydranten erkennt. Wie man ein Standrohr einbaut. Und wie man den Hydranten dann spült. Und das Abbauen erfolgt eigentlich genau in der gleichen Reihenfolge, wie man es einbaut. Man dreht es raus. Schaut dann eben nochmal, ob die Dichtung noch dran ist. Und dann kann man das Standrohr wieder auf dem Auto verlasten. Und dann macht man den Hydrant wieder zu. Und dann hat sich das gegessen. Ein sehr guter problema. So. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.